Links. Links. Das war rechts. Nochmal. So, loben. Rechts gestellt lassen. Rechts halten. Rechts halten. Gut. Sehr gut. Locker sitzen ist der noch. Mitmachen. Arbeiten. So, außen dranbleiben. Außen begrenzen. So. Nicht tiefer einstellen wollen. Lass ihn ruhig so ein bisschen hoch. Kommt ruhig mit der Rechtsstellung, Stella. Rechter Schenkel, rechter Zügel. Links Parade. Und immer wieder fleißig halten, Marie. Zwischen beiden Schenkeln fleißig nach vorne. So. Links Parade. Links Parade. So ein bisschen gerade machen. Dann mit. Gut. Gut. Und fleißig halten. Sehr gut. Immer wieder locker von der Hand. So. Ist richtig Stella. Rechts gestellt lassen. Links Parieren. So ist gut vom Genick. Ja. Jetzt ein bisschen runter. So einen kleinen Tucken. Außen verrate. Gerade machen vorne. Gar nichts zu viel nach innen stellen. Ein bisschen. Ein bisschen kürzer in sich. Bein an.